LANDE WONDER, ZU SONNTERSFAHRER, DES BEIN PARKPLATZ! Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit Starfield. Weiter geht's. Ist leider ein bisschen was flöten gegangen. Von der Kiste oder der Kiste davor, ich weiß gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist die Festplatte voll gelaufen. Kann ich nichts ändern? Ist jetzt leider so. Ach, das sieht so schön aus. Ist irgendwie besser geworden, oder? Oder ist es wegen Regen? Ich meine, bei Regen sieht immer alles cooler aus. So, weiter geht's. Ich bin überladen. Oh ja. Ein bisschen überladen ist immer. Ah. So, dann mal weiter. Ja, ich hab irgendwo Munition wieder reingetan. Das habt ihr mir gesagt. Ja, ich hab ein bisschen... Ja, ich bin blöd. So. Drum hier. Kadoma. Lalalalalala. Lalalala. Lapp. Und la. Dann noch den Rucksack. Oh, guck mal. Dash. Ey, Dash brauchen wir gar nicht. Das ist wahrscheinlich dieser Ausweichenmüll. So. So. Jetzt sollten wir schnell weg, weil wir haben ziemlich viel umgebracht. Hier ist keine Munition. Und das bin ich. Der schönste von allen. So, auf geht's. Weg hier. Willkommen zurück, Commander. Willkommen zurück, Commander. Ein Deal mit dem Mann, der uns töten wollte. Das haben wir gut hinbekommen, meinst du nicht? Äh, jetzt muss ich mit dem Schre... sprechen. Ah. Wir haben das Artefakt. Alles andere ist unwichtig. Sehe ich auch so. Dieses Leben passt zu uns, oder? Das war ein großer Erfolg. Danke, dass ich den neuesten Stern am Himmel der Constellation begleiten durfte. Äh, verzeih das Wortspiel. Der ist cool. Ich mag den irgendwie. Ist gar nicht so ein aufgeblasener Fatz, gell? 10.000 Credits. Ja, noch mehr Credits. Jetzt... Warum nicht? Äh... 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 So, jetzt geht's wohin? Hebe von Neon... Irgendwas passiert jetzt wahrscheinlich. Okay, dann abheben. Okay. Antriebe. Gut. Ich komm bald gar nicht mehr drumherum. Mein Raumschiff wirklich mal richtig zu pilgen. Wir sind im Orbit. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ihr besitzt etwas, auf das wir kein Recht haben. Ihr habt eine Chance, das Artefakt zu übergeben und euch von diesem Weg abzuwenden. Sonst töten wir euch. Helix. Oh, diesen Schiffstyp kenne ich nicht. Identifiziert euch. Deine Unwissenheit lässt tief blicken. Wir sind die Sternenblüter. Und ihr seid der Artefakte unwürdig. Bitte, sagt uns was die Artefakte sind. Wozu dienen sie? Habt ihr sie erschaffen? Genau diese Fragen dürfen wir euch nicht beantworten. Gebt eure Wissbegierde auf oder geht daran zugrunde. Sagt uns wenigstens wer ihr seid. Je mehr ihr wisst, desto mehr Unheil richtet ihr an. Warum sollte dieses Wissen gefährlich sein? Wir müssen auf Abstand zu euch bleiben. Wir schreiten nur ein, weil wir es müssen. Die Scans behagen mir nicht. Die Energiewerte dieses Schiffs sind... Außergewöhnlich. Fahren wir den Grafantrieb hoch? Das könnte klappen. Volles Ausbrechen, aber überhaupt verschwinden wir von hier. Wir schaffen das. Festhalten! Ach du Scheiße! Ähm... Können wir die nicht abknallen? Können wir die nicht abknallen? Das war alles? Redet alle gleichzeitig. Aldemar, Level 20. Redet alle gleichzeitig. Blut, 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 Blut. New Atlantis ist das Mecca für Kaffee-Liebhaber. Naja, hier gibt es einen Starbucks. Das war's. Ein Starblöd. Und wieder eins. Zwei, drei. Guck mal, ich hab doch schon viel mehr Teile denn getan. Drogenabhängige überall. Alles voll. Wir wurden angegriffen. Zeit für eine Krisensitzung. Jetzt die Daten. Ich zeige es kurz hier auf dem Tisch. Ist das etwa ein Prototyp? Nein, das ist vollkommen unbekannt. Was zum... Kommt alle her. Das müsst ihr sehen. Das war jetzt cool. Das war jetzt so ein Plottwist. Das gehört zu keiner Fraktion und nicht zur Crimson Fleet. Ist das vom Militär? Kein Admiral der United Colonies kennt so ein Design. Sie nennen sich die Sternenblüter. Sie wollten das Artefakt haben. Sie behandeln uns wie Kinder, die mit den Sachen ihrer Eltern spielen. Was wissen wir? Gibt es Splittergruppen, die so heißen? Nicht in dem besiedelten System. Vielleicht ist es eine entfernte Kolonie, die jetzt auf den Plan tritt. So wie Haus Varun? Das wage ich zu bezweifeln. Ist es nicht offensichtlich? Eine bislang unbekannte Gruppe, die über die Artefakte Bescheid weiß? Ich sage es einfach. Intelligente, außerirdische Lebensformen. Oder extradimensionale Wesen. Die Schöpfer von den Rändern des Alls. Könnten es nicht sogar die Racheengel sein, die die Menschheit von den Früchten verbotenen Wissens abhalten wollen? Es gibt also einige Thesen, aber nichts Konkretes. Wir wissen nur, dass sie die Artefakte wollen. Wenn nötig, mit Gewalt. Äh, ich bin Sams Meinung, das Schiff könnte menschengemacht sein. Ja, ich weiß ja nicht, woher weiß man denn, dass sie nicht menschengemacht sind. Das wissen wir doch gar nicht. Barrett. Sam, wir hören auf Barrett, würde ich sagen. Diese Dinger stammen aus keinem Labor der besiedelten Systeme. Und dieses Schiff auch nicht. Diese seltsamen, extradimensionalen Wesen bauen ihre Raumschiffe also genauso wie wir? Das wäre schon ein extremer Zufall. Es glitzert wieder in der Dunkelheit. Äh, was wollen die jetzt alle mit mir reden? Ja. Ich hab das doch schon da drauf getan. Je mehr du trägst, desto breiter werden deine Schultern. Mein Respekt vor dir nimmt mit jedem Kilo zu. Noch mehr Respekt? Wie viel passt denn noch in den Reihen? Ihr seid da draußen ganz schön durchgeschüttelt worden. Mit diesen Sternenblütern ist nicht zu spaßen. Bereit zum Aufbruch? Das Auge sieht zwar die Artefakte, aber leider nicht unsere neuen Konkurrenten. Hm. Wohin du auch fliegst, geh mal auf Nummer sicher, okay? Die Erkundung des Weltalls ist auch ohne mörderische Konkurrenz gefährlich genug. Okay, auf geht's. Ich weiß, dass die Artefakte alle in helle Aufregung versetzen. Warte mal, ich muss noch an Bord, ne? Ah, ich muss mal gucken. Also wenn, kann's eines mal an den Punkt kommen, wo ich... Ja. Äh... Oborum Prime Proxima. Da waren wir noch nicht. Also geht's erstmal nach Dingensbumens. Doch da war ich doch schon. Hm. Hm. Neue Daten? Ja. Kann ich von dir aus nicht starten. Achso, ich trage zu viel. Hä? Jetzt auf einmal? Was geht's? Soll ich dich entlasten? Mächtiges Vorbild? Oh ja, bitte. Ja, wir haben ja Sachen bekommen. Oh. Hä? Ich denke nicht. Jetzt bin ich wieder, jetzt geht's wieder. Sag Bescheid, wenn du... Ich überlege, ob wir zum Hangar gehen. Sprich mit Sergeant Yuumi, die Loge. Ah, Kunde, blablabla. Wohin ist direkt... Mein Chef, bitte. Komm, wir gehen nochmal... Ich will nochmal mit dem, äh, Typen hier sprechen. Ich komm eigentlich nicht mehr drum herum, aber ich will einen größeren Reaktor haben, bevor ich weiterbaue. Ähm... Ich komm einfach mal zurück. Ich gehe mir da hin. Ich gehe damit also. Ich gehe jetzt nicht, weil wir die Lösen sehen. Aber wie viele Fälle sehen, weil ihr das небlos sein sollt. Ich gehe jetzt um mich zu Hause... Das ist dann hierher. Ich gehe nicht nach vorne. Du bist doch nicht mehr. Du bist ja auch... Ich bin ein Pilger. Ich gehe dich alleine. Ich gehe nicht nur mit. Ah, gehen wir mal raus. Wir gehen nochmal gucken. Ähm, soo. Techniker. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht. Du konntest noch landen. Du findest sicher was... Hier sind die Schiffe, die im Angebot sind. Über den Automaten. Ach, mit dem Automaten kann ich das kaufen. Klar, nur zu. So, jetzt gucken wir erstmal. Also... Das ist das gute alte Schiff. 2020. Immer noch nichts Neues irgendwie... Ach ja, die Waffenzubeißung. Siehste, ich hab was vergessen. Ach, hier. Ich hab's gefunden. Jetzt haben wir dickere Raketen. Pulsarflair macht... Was macht das denn? Distanz, bla bla bla. Hülle 1. Wert 7000. Entschuldigung. Schildschaden und das da macht... Hüllen und Schildschaden. Das ist ein Raketen. Also wir könnten jetzt hier rausgehen. Aber ich guck gerade. Waffen. Ähm... Wie sieht's denn mit Schild aus? Das gucken wir erstmal bei Knarren. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Dämpfer Spark. 1, 1. Nee, das ist irgendwas anderes. Äh, hier haben wir Laser. Guck mal hier. Hüllschaden, Schildschaden. Das ist ein Raketenwerfer. Das hier ist der Elektrostrahldistruptor. Der macht... Nochmal ein bisschen mehr Schaden. Elektrostrahl. Auto-Elektrostrahl. Kanonenmauler. 723. Pass auf. Ich würd gern einen anderen rausnehmen. Ist das jetzt... Pass auf. Nimm mit den raus. 8, 8. hinzufügen. Das war halt nie wichtig. Pulsargeschütz Dragon. Ah, steht denn irgendwo der Feuerrate? Feuerrate 2,5. 5. 6. Und das ist... Der hat... Feuerrate... Okay, warte mal. 5, 17. Ich meine... Der ist gut gegen Schilde. Aber Schilde sind nie lange ein Problem. Ah, da guck ich die Raketenwerfer mal an. Neutronenstrahlen. Neutronenstrahlen. Ne, ich brauch irgendwie so... Ja, hier so. Railgun. Ja. Schießt langsam. Dann haben wir hier... Rapid Railgun Marauder. Rapid Railgun Marauder. Was ist daran jetzt ein Problem? Ah, Reaktor-Klasse. Reaktor-Klasse. Warte mal. Was hab ich denn für eine Reaktor-Klasse? Damit ich mir das nochmal merken kann. Reaktor-Klasse. Ah. Also Baby-Klasse. Sie haben die Reaktor-Baby-Klasse. Es gibt hier aber keinen Filter. Um das... Großartig. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-c-c-c-a. Und warum gehen die nicht? Ich hab A. Also kann ich das... Ah, hier. Da. Das ist meine Größe. Den können wir nehmen. Zwölf, zwölf. Ist das eigentlich das Gleiche? Ich glaub schon, oder? So, wir haben natürlich gar nichts geschafft. C. Gruppe. Machen wir so. Schilde, ne? Egal. Gucken wir nochmal. Schilde. Also wir haben drin... A. 420. 2G nicht, ne? Ähm... R. Ja. Können wir nichts machen. So, fahrt zur Hölle. Traitor Authority. T. Sonstiges. Scheiße. Bei Sonstiges war das doch. Ach nicht, ist genug verkaufen. Die haben auch nur 5.000. Du solltest ein paar der Schiffe sehen, die hier landen. Die Besitzer scheinen zu glauben, Thermoparasitennester wären ne lustige Dekorationsidee. Hm. Stroud and... Ach so! Das ist sogar... Das ist sogar vom Stroud. Ach so! Das ist der doch, oder? 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 Ja. Das war doch die Firma. Oder? So. Genau. Schön fegen, Herr Praktikant. Ok. Jetzt haben wir wenigstens neue Knarren. Ich bin bereit! Beförderung! Und hier sehen sie die coole Einstieg-Animation, weil... es uns Zeit kostet. Auf geht's! Ich bin zwar nicht einsatzbereit, aber wir könnten auch bei der Crimson Fleet vorbeigucken. Aber... wir machen das schon. Oborum Prime. Oborum Prime. Sehr schön. Er wirbt die Kraft Oboe auf... Warte mal, warte. Warum haben wir jetzt zwei Quests? Machen wir das jetzt einfach. Klar zur Landung! Sinkflug eingeladen! Aufstehen! Schule! Ich bin immer noch nicht gehypt. Ich glaube, wir müssen uns mal ausruhen, aber das würde jetzt zu lange dauern. Halt, warte. Okay, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Ähm... Den würde ich gerne follow zum Beispiel machen. Wir haben ja... Wir können ja nichts machen. Aber was anderes brauche ich auch nicht. Warte, Entschuldigung. Warte, Entschuldigung. Warte, Entschuldigung. 145? Warum bin ich so schwer? Munition wiegt doch nix. 143. Das ist mal interessant Die wegen auch nix Finde ich gut, dass sie das gemacht haben, weil das wäre nämlich sonst ein Mod geworden Ich kann euch nix sagen, warum wir so schwer sind Ich lasse die jetzt auch mal hier Damit ich hier nicht mehr durcheinander komme, was irgendwie was ist Charter von Aquila City 118 Immer noch aber sehr voll Wie gesagt, Munition ist gar nichts Es ist halt so Ich bin bereit, Beförderung Nein, ich habe den riesigen Fan mit der geilsten Knarre im Spiel Lande woanders, der Sonntagsfahrer ist mein Parkplatz Oh, der ist aber nah Ich verstehe jetzt gar nicht, warum Achso, wir brauchen dieses Signal, ne? Ne Ich bin jetzt verwirrt Äh Das ist das hier Bin ich jetzt doof Äh, auf dem Planeten gibt es eine große Anomalie, die zur Signatur des Artefacts passt Ich muss die finden Da sind wir gerade auch Ist mich bestimmt wieder an Bord Sieht nach einem der Orte aus, an dem alles Interessante unter der Erde ist Eine Höhle, super Fan, los geht's Hallo 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 Oh, oh Ähm Ich wollte nur so ein Artefakt holen Darf ich das haben? Nein Okay Äh, ich komme aber trotzdem Ist mir egal Drecksviecher So Ähm So, auch für ins Abenteuer Äh, so Ähm Ähm Nickel Wir alle mögen Nickel Oder auch Nickel Oder ist es schon? Oder auch nicht? Argon Guck mal, wir haben hier sogar einen Wegpunkt Achso, das geht aber nur raus Aha Ähm Ähm Sehr schön Sternenblut Brut, Blut Nein Ich ... Aaaaaahhhhhh Aaaaaahhhhhh Voll toll. Aber ich dachte wir sollen hier irgendwie so ne Fähigkeit erlangen. Aaaaaahhh Hehehe Vielleicht finde ich irgendwann einen Planeten damit. Komm, gehen wir wieder. War ja klar, dass die Typen jetzt irgendwie auftauchen. Warte mal. Ah. Aber ich habe immer noch super viel. Geht's mir jetzt besser? Eine Sache ist auf jeden Fall weg. Ich glaube wir haben ne Blutung. Dafür brauche ich ne Bandage ne. Hier. Okay, das haben wir. Ich hab das doch. Ach so. Hier ist das mit dem. Anomalyse scan. Müssen wir da wieder rumfliegen. Oh Gott. Bescheuert Musik. Musik. Ähm. Wer ist das hier? Long Swords. Hab ich nicht. Ich hatte schon so ein Gefühl bei dir. Zwei Einheitenschiffstalle dürften reichen. Habe ich die denn? Du hast uns gerettet. Hier. Bitte für deine Hilfe. Der Neuling hat einen Asteroiden gerammt. Der Neuling hat einen Asteroiden gerammt. Dann lass den Neuling doch nicht durch den Asteroidengürtel fliegen. Hä? Warum nicht jetzt bei Oborum 2? Was soll das denn jetzt? Da. Landen. Reisen. Wunderschön. Ui. Da fliegt ein bisschen was durch die Gegend. Ähm. Oh, oh. Da sind sie wieder. Oh, ja. Oh, ja. Da sind sie. Okay, gut. Ich speichere mal hier. Oh, wir haben ein Problem mit den Schilden. Wir haben uns schon wieder mehr davon ausgesprungen. Wir sind noch nicht mehr zu sehen. Oh, es ist ein bisschen mehr zu suchen. Oh, das ist erfolgreich. Also, den Meer ist ganz schnell. Oh, das ist wirklich zu entfernen. Das ist ein bisschen mehr zu entfernen. Der Meer ist in der Ruhe. Die Meer ist in der Ruhe. Also, das ist unmöglich. Oh, das ist auch immer zu entfernen. Das ist ja zu entfernen. Oh, das ist einfach. Oh, das ist in der Ruhe. Oh. Das ist einfach überhaupt. Du hast Ihren Antrieb gegrillt. Geht doch. Ich will mal grad was... Ich kann irgendwie nicht schießen, aber... Eine Rakete will irgendwie nicht. Ja, G hab' ich doch gedrückt. Ja, unser Antrieb ist ziemlich low. Guck mal, die Raumschiffe verschwinden irgendwie oder so. So wie bei... Der hat zurück in eure Dimensionen. Die Outrider. Ja. Beginne Landezyklus. Okay, dann los. Das sind schon wieder so fliegende Eier. Achso, ähm... Ich muss mal die Folge, ihr Lieben, beenden. Äh, hier beenden leider. Und ich würd' sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Jetzt gehen wir mal auf Antriebssysteme hier. Höchstgeschwindigkeit des Schiffs zum 10% erhöht. So, dann müssen wir es aber als nächstes haben. Hier. Raumschrifttechnik. Ja, schnell repariert. Aber, naja, gut. Müssen wir trotzdem machen. Gut, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Gut, liebe Leute.